Hallo und willkommen bei Motorracing.de Der Shop für alle Rennsportfans Uli Lask, ein echter Motorradfan und Shopbetreiber von Motorracing.de sagt Hey, als Rennsportfan besuchte ich mit meinen Kumpels sämtliche MotoGP-Rennen dort und nur dort konnten wir die Produkte kaufen, die wir wollten und heute verkaufen wir sie selbst Motorracing.de begann 2005 mit 10 Artikeln und schlechten Fotografien davon Heute haben sie die komplette Kollektion von allem und sie machen ihren eigenen Fotoshootings Man findet sie abgesehen vom Internet auf allen IDM-Rennen dem MotoGP Assen und Sachsenring auf der World Superbike WM, am Nürburgring und Imola und so weiter Für weitere Auskünfte steht Ihnen Uli jederzeit zur Verfügung www.motoracing.de PS Jeden Dienstag ist Crazy Tuesday von 0.00 Uhr bis 23.59 Uhr Make Your Deal ist das Motto Angebote sind an bis zu 70% reduziert Nicht überlegen, vorbeikommen oder benutze den Link unterhalb des Videos Bis bald, dein Kenner24 Team millions do renew I I I I I I I , I I Und I I Untertitelung des ZDF, 2020